Fanix-Kanone, die die Normandy hat. Fanix-Kanone, die Fanix-Kanone, die fire from the second story. Request assistance. We'll try to clear the building. Foxtrot and Bravo are making heavy fire. Tun wir was dagegen. Wir können den Strahl sehen. Jetzt müssen wir noch dahin kommen. Wir können den Strahl sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh danke, ihr habt nur einen Weg gemacht All units, open fire Where's our fire support? We need reinforcements on the... Wer ging denn bitte davon aus, dass das funktionieren würde? Hier ist die Artikel But the company's been wiped out Commander, do you read me? Major, what's the situation? The beams interfering with missile guidance We can hit the destroyer, but we'll never make the precision strike we need to take it out Dammit! Edie, can you read me? Yes, Commander Any suggestions? Any suggestions? I may be able to use the Normandy systems to enhance the missile's targeting capabilities Excellent I'll lead you to open it out I'll lead you to open a link to the Normandy from the missile systems On it! Das ist es. Ich lasse euch wissen, wenn ich die Targeting-Systeme adaptiere. Das klingt wie gute Nachrichten, Commander. Wir sehen uns. Hammer, das ist Admiral Anderson. Die Reaper-Ground-Force machen einen Druck. Halt deinen Boden. Schutz diese Tanks, bis wir einen Schuss bekommen. Du hast es gehört, Leute. Beeil dich, Ubi. Ich bin der Luft. Untertitelung im Auftrag des ZDF-TW-T. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ich bin der Stahl, für dich. Der Stahl, wir haben noch mehr Wettbewerben. Wir schauen uns an. Wir starten, die Schuss haben. Wir haben das Schuss des ZDF-TW-T. Wir haben uns ein Schuss überrascht. Sie sind weg. Sie sind weg. Sorry, Sir. Habe ich erwähnt, dass ich das hier anführe wie jede andere Mission auch. Habe ich das hier anführe. Was ist das? Na komm, ED. We're down to two missiles and we haven't even The other soldiers are so incompetent. Ich meine, wir sind hier zu dritt, was wir hier für Armeen aufhalten. Der Rest hat halt einfach keine Fortrüstung. Ich meine, wir sind hier für Armeen aufhalten. Ich bin hier für Armeen aufhalten. Ich meine, wir sind hier für Armeen aufhalten. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass der Reaper auch auf einen schießt. Kann ich überhaupt einen treffen, oder? Ich meine, wir sind hier für Armeen aufhalten. Ich würde behaupten, das ist nah genug. Aber ich glaube, der Streit ging gerade direkt durch den Panzer durch. Ich glaube, der Streit hat wirklich nichts zu tun. Ich bin hier für Armeen aufhalten. Ich bin hier für Armeen aufhalten. Hütt ihn mit allem, was du hast. Ich bin hier für Armeen aufhalten. Ich bin hier für Armeen aufhalten. Ich bin hier für Armeen aufhalten. Sie sind hier. Arbinger. Es ist eine Möglichkeit für Hackett zu bekommen. Aber wir müssen eine Team über die Citadel aufbauen, um diese Arme an zu jetzt. Wir wissen noch nicht, was wir finden, wenn wir die Citadel kommen. Das ist unser Job. Findet ihr, was wir gegen uns. Alles klar. Los geht's. Ich bin Admiral Hackett. Ich bin Admiral Hackett. Det 획 bet stern Schmerzer und jetzt No, we're never, Admiral. We're going in. Acknowledged. I'll send the word. All ships, this is Admiral Hackett. The Crucible is on the move. I repeat, the Crucible is on the move. Protected at all costs. Everyone, this is it. Any available squadrons, delay those Reapers leaving the battle. We've got to give Hammer more time. From here on in, it's a straight shot to the beam. A straight shot with Reapers trying to crush us along the way. We just need to get a handful of troops through. That all? We knew this was going to be a gamble at best. Can't think of anyone else I'd rather do this with. Feels like this fight's always been ours to finish. We're in sight of the target. All right, everyone. This is it. Shit. So treffen wir uns also wieder. Yeah. This is it. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Normandy, schaust du? Ich brauche einen Evac, jetzt! Wir sind ein heavy-losser. Allerweil, Commander! Komm schon! Ich habe ein Haus. Come back to me. Come back to me.